Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin Heidi und du? Ich bin Monk. Machst du für mich tanzen? Weil der andere mag doch nicht. Wie heisst der überhaupt? Ich bin nicht vorgestellt und so. Das ist der Donny. Er ist etwas unfreundlich. Aber er nimmt uns die Farbe dazu. Wir haben einen Austrag. Kundenfreundlichkeit. Ich habe Donny Rundenfreund gekannt. Also, kannst du jetzt mal für mich tanzen, Glock? Also, warte. Dann kommst du schon auf die Züte, wenn du schon tanzt. Bravo! Jetzt du? Was? Jetzt tanzt du? Gäng müssen wir für alle tanzen. Keine Tanzstücke. Tanz! Nein, aber ich kann doch nicht tanzen. Nein, jeder kann tanzen. Kommt los, tansch! Also gut, aber ich darf nicht lachen. Gut, das ist ja bei uns. So eigentlich. Hey, du! Und ich! BAM! SHU! BAM! SHU! BAM! SHU! BAM! SHU! BAM! SHU! Ich bin der Titel von neuestem Versichel und lese gerne mit Ich bin der 9 Cent und der 50 Cent finde ich verpänt Ich bin der Nike, der Schuh heisst für mehr Steu-Ki Ich heisst Jenny und meine Mutter heisst Penny und die Mutter heisst Penny Ich bin der Zauberfuss und meine Gegner nehmen mich ohne Probleme aus bei jedem Spiel wie sie spielen Mache ich mich selber grusse Schau Mam Woah hey Freya Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.